Dramatischer Angriff auf eine Familie in der Stuttgarter Innenstadt von drei Flüchtlingen. Wir sehen mal wieder eine solche Wahnsinnstat, die hier begangen wurde von drei Kandidaten. Und einer davon ist, der ist 17 Jahre alt und hat bereits seit seinem Aufenthalt in Deutschland 34 Straftaten begangen. Und das ist gerechnet mehr als einer pro Monat. Wir gucken uns das ganz genau an. Moin zusammen, ich bin Olli für kritischen Content. Jetzt ein Abo dalassen. Und hier beispielsweise der Fokus berichtet. Junger Syrer stach in Fußgängerzone auf Familie ein. Seine Polizeiakte ist lang, schreiben sie hier. Und wisst ihr Leute, das ist natürlich nur ein dramatischer Einzelfall. Wir dürfen hier nicht verallgemeinern oder ähnliches. Das muss man natürlich ganz klar vorweg sagen, dass so etwas nicht instrumentalisiert wird. Wir wissen das. Das Ganze hat sich, wie gesagt, in Stuttgart zugetragen und ist wirklich dramatisch. Die BILD berichtet ebenfalls hier in einem Plusartikel nochmal ganz ausführlich über diesen Fall und nennt auch den Vornamen zumindest des Syrers. Der Kahlil ist 17 Jahre alt, syrischer Flüchtling und unfassbar brutal heißt es. Am Freitag stach er in der Stuttgarter Fußgängerzone zu. Und dieser BILD-Artikel ist wirklich sehr, sehr interessant, offenbarend, inhaltlich und genauso auch von der Formulierung her, wie ich finde. Denn es werden hier Forderungen gestellt bezüglich oder es werden Fragen gestellt. So ist es richtiger. Warum der Kerl denn noch in Deutschland verbleibt, obwohl seine Aufenthaltsgenehmigung im November 23 bereits abgelaufen ist. Er hat aber allerdings eine Verlängerung beantragt und blabliblub. Aber die BILD geht hier bei dem Thema ausnahmsweise mal wirklich sehr, sehr kritisch vor. Und deswegen gehen wir jetzt mal genau darauf ein. Es beginnt hier schon. Seine Strafakte ist eine Anklage an die deutsche Migrationspolitik und Justiz. Ein Zeugnis der Schande, das nur eine Frage aufhört. Warum ist so einer noch in Deutschland? Also so eine klare Sprache habe ich in der BILD wirklich selten bis noch nie erlebt. Und dann heißt es hier, er hat in den vergangenen 31 Monaten 34 Straftaten in Deutschland begangen. Also nochmal, der ist seit 31 Monaten hier und hat 34 Straftaten begangen. Warum ist man nicht hingegangen und hat nach der ersten direkt geprüft und geguckt, ob das jemand ist, den wir hier nicht benötigen. Der offensichtlich keine Fachkraft darstellt, wie es uns zugesagt wurde. Und ich weiß, das ist wieder der Elefant, der hinter mir hier im Raum steht, den ich damit anspreche. Aber das muss getan werden, weil sonst macht es ja kaum einer. Das ist ja das Erschreckende. Die letzte Straftat am Dienstag, Kalil soll in der Fußgängerzone in Stuttgart mit einem Messer auf eine gesamte Familie losgegangen sein. Drei Männer schwer verletzt haben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da gehst du als unbescholtener, nichtsahnender Bürger durch eine Fußgängerzone, guckst hier und da das Geschäft und auf einmal geht es rund. Einen 37-Jährigen von dieser Familie, von den drei verletzten Männern, hat er sogar lebensgefährlich verletzt. Nochmal, lebensgefährlich. Und man kann hier meines Erachtens ganz klar von einem Tötungsversuch ausgehen. Denn der Fall hat sich, kommen wir jetzt gleich zu, folgendermaßen zugetragen, dass er nämlich erst eine Streitigkeit und so das Übliche hatte mit dieser Familie und hin und her. Aber dann ist er mit seinen zwei Kollegen, 22 und 26 Jahre alt, weggegangen, nur um wiederzukommen mit Messern. Wisst ihr Leute, das sind Kandidaten, die können mit ihren Worten sich nicht wehren, sich nicht irgendwie auch einfach das auf sich sitzen lassen, weil er weiß, was da abgelaufen ist. Keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen. Es ist nicht bekannt. Ich bin da sehr, sehr gespannt auf die Ermittlungsergebnisse. Ich wette mit euch, es war wieder mal eine vollständige Lappalie, die absolut irrelevant ist. Was guckst du oder sonst was vielleicht? Oder man hat sich irgendwie angerempelt, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht wurde aber auch beobachtet von der Familie, dass er bei einem Ladendiebstahl dabei war oder sonst was. Ich weiß es nicht. Denn die BILD hat auch seine 31 Straftaten hier mal aufgelistet. Zumindest nicht vollständig, aber einige davon. 15 Ladendiebstähler allein waren das. 7, besonders schwer. Wie auch immer besonders schwer juristisch genau definiert wird. Ein Kreditbetrug. Und da dachte ich mir beim Lesen und beim Recherchieren, wie begeht man einen Kreditbetrug überhaupt? Ist kein Kreditkartenbetrug, sondern Kreditbetrug. Ist das, wenn ich jetzt zur Bank gehe und sage, ich brauche jetzt hier 5000 Euro und fälsche meine Daten? So was? Schreibt das mal in die Kommentare. 2 Sachbeschädigungen, eine davon an einem Auto, ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Erschleichung von Leistungen. Nebenbei gesagt, er ist anerkannter Flüchtling, bezieht hier also natürlich unser Geld. Eine Nötigung, eine Bedrohung, einen räuberischen Diebstahl. Eine einfache Körperverletzung und eine gefährliche Körperverletzung. Und dazu jetzt natürlich die Tat aus Stuttgart, wenn sie ihm nachgewiesen wird, aber es scheint ja wohl so zu sein. Die BILD hat folgende Informationen noch zugespielt bekommen. Ein Großteil der Taten verübte er alleine, einen kleinen Teil gemeinsam mit Bekannten oder Familienangehörigen. Die sollen nach BILD-Informationen teilweise ebenfalls wegen verschiedener Vorfälle bei der Polizei bekannt sein. Das Ganze, was in Stuttgart jetzt dazukommen wird, ist, Zitat, ein versuchtes Tötungsdelikt. Anders kann man das Ganze wirklich halt nicht bewerten. Das ist nichts anderes, weil wenn man gezielt weggeht, wiederkommt mit einer Tatwaffe, dann sollte das klar sein, dass es nichts anderes ist. Der Haftrichter hat den Mann zum Glück jetzt in U-Haft geschickt. Und da bin ich mal gespannt, ob und wie lange der dort bleiben wird und wie sich die Situation weiterentwickeln wird. Mal schauen, was dann dort noch rauskommen wird. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, deswegen jetzt diesen Kanal an der Stelle abonnieren. Und das Ganze geht hier noch weiter, nämlich nach BILD-Informationen hat der junge Mann eine vorläufige Aufenthaltsgenehmigung. Das nennt sich eine Fiktionsbescheinigung. Die galt zwar offiziell nur bis November 2023, offenbar hat er aber eine Verlängerung beantragt. Und dementsprechend hat man dann weiterhin ein Bleiberecht in Deutschland und eben auch die Berechtigung für Sozialleistungen. Da muss man doch wirklich ganz klar sagen, das kann so nicht sein. Da müssen jegliche Zuwendungen, die dieser Kandidat erhält, gestrichen werden und eine Rückführung initiiert werden. Beim Regierungspräsidium Stuttgart soll bereits seine Ausweisung geprüft werden, heißt es laut BILD. Der Ausgang des Verfahrens ist doch noch offen. Derzeit wird nach Syrien nämlich nicht abgeschoben, wie wir wissen. Aber gerade unsere beliebte Nancy-Faser-Innenministerin hat vor einer Woche ja gerade sicher noch geäußert und gesagt, ja, man müsste jetzt gucken, ob es nicht doch möglich wäre. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf, wie sich diese Situation dann auch entwickeln wird. Vielleicht wird sich ja da nochmal tatsächlich etwas ändern. Ich halte euch auch darüber unaufnehmend. Aber ist das nicht krass, was man mittlerweile tagtäglich erfährt und dann Nachrichten mittlerweile mitbekommt? Ich finde es wirklich absolut erschreckend und es macht mir persönlich auch Angst und ich gehe nicht mehr in Großstädte oder Ähnliches. Ab und zu muss ich geschäftlich nach Köln. Ich mache es sehr ungern, weil es unattraktiv ist, mit dem Auto dort reinzufahren, weil du nicht willkommen bist mit dem Auto. Es ist ja auch total rückständig, mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Und genauso wegen der Kriminalität, die ja wirklich in den Großstädten mittlerweile sowieso überall vorhanden ist, aber auch in kleineren Städten und Gemeinden mit ein paar tausend Einwohnern nur, haben wir zahlreicher Einzelfälle. Ich halte euch im Laufenden, wie gesagt, deswegen jetzt den Kanal abonnieren, schreibt mal eure Meinung unten rein. Bis zum nächsten und ciao. Tschüss.